Oh shit, sorry, sorry, sorry. Achso, oh mein Gott, Alter. Oh, ich dachte, du kommst von oben, von der anderen Seite, weil du hochgegangen bist. Leute, ich kliere es jetzt, Alter. Normal, das ist Daisy. What's up? Damit ein herzliches Willkommen zur aktuellen Folge Daisy, 19 Uhr. Berezino BVP mit Frenzy Challenge, da sind wir natürlich dabei. Und ich muss sagen, das ist der beste Daisy-BVP-Server bisher. Wie ihr dem Server am einfachsten joinen könnt, in den Kommentaren. Okay, ich bin unten in der Garage von der Feuerwehr. Ja, wo am hier? Oben war einer drin. Nice. Komm rein, unten. Yo, hey buddy, what's up? Hey, hey. I'm fine. Yeah, yeah, sure. Er ist tot. Hab ihn. You still alive? Einer kommt hoch. Alter. Wo ist er? Da unten. Warte, hast du ihn auf dem Dach gekillt? Ja. Achso, ich hab gerade mit ihm gesprochen. Mir doch scheißegal. Und wo ist er jetzt, der dich gekillt hat? Unten. Also das ist natürlich der Premium-Spawn. Direkt in der Feuerwehr unten drin. Ich komm auch rein, Achtung, unten. Nice, Bro. Blaue Jacke. Nice, Bro. Nice. Nice, komm rein, komm rein. Nice, nice. Oh, sick, Alter, ist alle tot. Ja. Wollen wir ja beginnen schnell? Ja klar, 3, 2, 1, sagst du? Dann los. 3, 2, 1. Wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Willkommen zu der Sine, 19 Uhr. Bisschen Stress in der Feuerwehr. Genau. Wir haben einen neuen schicken PvP-Server gefunden, der ummauert. Ist da hinten, sieht man es im Hintergrund oder auch nicht. Und das ist, wie man uns schwer erkennen kann, Berizzino. Und wir werden heute mal wieder die Friendly-Challenge probieren hier. Und vielleicht eine Armee aufzustellen, wer weiß, ob das hier klappt. Du, ich hab grad fast einen gefunden, bis du ihn gekillt hast. Er hat auf mich geschossen, ich musste ihn töten, ja. Das ist halt keine Ausrede, was du jetzt hier bringst. Das wusste ich nicht, sorry. Und ja, wie Daniel schon erwähnt hat, die ganze Map ist... Sorry. Ja, was? ...mit Mauern umrundet. Wer rennt? Das heißt, man kann ja auch... Ich nicht. Man kann ja auch nicht... Ist er auf dem Dach? ...helo, buddy? Hello. 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 Yo, wassup? Where are you? Mate, I'm not in the bathroom. Please don't kill me, I'm friendly. I'm no killer. Okay. What's your name, man? My name's Lil Timmy. Oh, you're Timmy. Nice, hey. Nice to meet you, man. You wanna join us? We just try to stay here. Trying to find some friends. Fuck me, Alter. Yeah, nice to meet you. Nice, nice. Nice, nice. Oh, das will ich. Timmy, you're great. Yeah, I know I am. I'm amazing. Yeah, yeah, boy, yo. Russisch-Tschech-Snex. Oh, kurz. So. Yo, yo. Where are you from? From Poland. Hello? Nice. Hello. Hey, where are you? Hey, guy. Hey, stop shooting. My friends come in. Alright, okay. I'm not gonna shoot you then, dude. Yeah, alright. There's a blue guy. Watch out for him. My friends come in. He's not friendly. Okay. Yo, yo, yo. I'm friendly. Hello? Hello. Yo, buddy. It's me, it's me. I'm back. I'm back. Okay. Yo. 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 With a golden eagle. Nice. My friends come in. My friends come in. I'm coming in. Yeah, yeah. Okay. Yo, hey. Wo bist du jetzt? Yeah, hier. Yeah. Hello. What's up, guys? What's up? Wie viel passen in die Scout-Rifle rein? Der hatte die noch nie. Oh, sexy. Whoa, whoa, whoa. My friend's coming. My friend's coming. He has a Firefighter-Jacket on. Was ist los, man? Ich weiß nicht. Hello? Protect him. Eye shot. Him, him. Die AUG hat ja keinen Rückstoß. Also, so gut wie gar nicht. Wo ist die Sau, man? Keine Ahnung. Ich hab den Scout-Man. Ja, das ist, glaube ich, nicht geil, hier auf dem Dach umzuhüpfen. Ja, ich mach jetzt Zick-Zack. Where is she? Wo ist sie gleich tot? Whoa. Da oben, Alter, ne? Oh, der ist schon tot? Okay. Muss mich verbinden. Im Haus, im Haus. Achtung, der kommt raus jetzt aufs Dach. Jetzt ist er tot. Hallo? Von, wie wurde ich jetzt noch erwischt? Ja, komm rein. Ich bin nur oben. Yo, I'm coming up, guys. Watch out. Das gibt's nicht. It's me. It's me in blue. It's me. I'm a girl. Ich schweig, wie heißt das? Yo, hey. I died and I spawned back. You're Timmy? Ich war doch traut, ey. No, no, no. I'm Timmy's friend. Oh, that's also fine. Eigentlich kann man jedes Snipe aus dem Spiel entfernen, weil die machen keinen Dimage. Oh, oh, oh. Okay. Oh. I don't know. Was, mit, was zur Hölle ist das? Was denn? Eine abgesägtete Müsin, Alter. Really? Who's that guy? Ja, du spielen. It's not cool. Move, 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 move. Ja, zwei Minuten konnten es, ja? There's a guy, there's a guy on top of the, 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 the crane, the red and white one. There's a guy up top. Yeah. Yeah. Boah, irgendeine Waffe. Wir müssen nicht die ganzen Feuerwehrtüren zumachen, Alter. Es ist einfach keine Kontrolle mehr. So, wie... Ich kann dauernd schneiden. Du wolltest nur, dass ich das sage, Mann. Ey, ja, Mann. So ein Barsad, ey. Ja, die Stimmung ein bisschen heben, Alter. Daisy, wo er sagt, pro Minute minus eins an Laune. Ja. Und wenn du das sagst, ist es halt plus zehn Instant. Ja, das stimmt wohl. Und dann reicht es wieder für zehn Minuten, weißt du? Ja, das reicht es ja für zehn Minuten. Oh, shit, Ding. Wellenwert, äh, nur sinken, sonst bin ich offline. Jetzt kommen wir hoch. Nee, das Ding ist, wenn ich mich verbinde, kommt so eine B... Ich kann wieder schneiden. Okay, ich beherrsch mich jetzt. Oh, ich hasse Menschen. Ja, das lass ich drin. Weil da bin ich sicher, stimmt mir der ein oder andere natürlich auch zu. Yo, hey. Who's in here? What's up, guys? Mann, ich brauch mal ein langes Ziel. Ich darf, ich kann nicht mal sterben, Alter. Yo, I'm over here. I'm right, that's me, that's me. Okay, okay, okay. Hey. Bist du... Oh, there's someone in the shower. Alter, was war das? And on the roof, watch out. Ja. Ja? Okay, ich komme jetzt rein, unten. Ja. Bist du oben? Ja. Ich bin jetzt... Okay, erst tot, erst tot. Da ist noch einer, da ist noch einer Richtung Dusche. Achtung. Bist du Ritter denn auf? Ja, das bin ich. Pass auf, um die Ecke Richtung Dusche ist einer. What the fuck? Wer ist er denn? Ich bin unten in der Feuerwehr. Achtung, ich komme hoch. Ich bin da noch nicht drin, Alter. Achso. Ich komme gleich zur Verstärkung. Ich habe gelbe Sachen an. Nice, einen hast du. Ich komme auch aus Verstärkung jetzt rein. Er ist der McTenthill. Ich bin gleich dead. Ich bursche, ich bursche. Bist du oben? Ja, ich bin oben. Ich komme hoch, ich komme hoch. Lass mich vor, Mann. Yo, hey. Hello, man. We are back. Shit, hey, yo. Yo, hey, hello. Nice, good job. Yo, my name is Daniel. Okay, Daniel. What's your name? Lucy. Lucy is over there. Wahrscheinlich Lucy, oder? Oh, shit, really. Hör einfach checken. Das glaube ich am besten. Oder wenn einer... Oh, somebody killed our friend. Fuck. He's dead, he's dead. Ich muss dich kurz verbinden. Ich muss dich kurz verbinden. Ist das alles safe, oder was? Oh, du bist ja hart am Rumpel, ey. Ich bin auch hart. Du bist auch bald. Du brauchst einen G-Stock, Mann. We can do this. Das ist genau wie ein G-Part, Alter. Verstehst du? G. Oh. G-Part. Lustig, oder was? Weißt du, was auch lustig ist hier? Der Gag von Enjoy Abu. Was ist orange und geht durch den... Haltet doch mal die Fresse hier. Boah, lass mal woanders hingehen. Der Gag von Enjoy Abu. Was ist orange und geht durch den Wald? Weiß ich nicht. Eine Wandarine. Eine Wandarine hier am Start. Natürlich, Alter, immer. Ich hab einen ganz kleinen. Was ist ein blauer Apfel? Ähm. Antwort. Betrunken. Grüße genau, ist ein Gamer okay, Mann? Für diesen Gag danke dir. Sei gegrüßt, mein Guter. Und wer grüßt werden will, schreibt doch einfach mal Gags in die Kommentare. Die Metzen hier noch nicht. Du bist fett. Ja, kill him, kill him. Oh, mein Gott. Oh, sorry, boi. Wir sind ein großer Arm. Wo ist er tot? Alter, Alter, und er stößt, ey. Wir alle lachen, ey. Okay, got him, got him. Das hat wehgeteilt. Auf jeden. Warte, was hat er denn gedrückt? Oh, mit dem Longhorn hat er dir gegeben. Kaffst du mit meinem Kopf so rein? Weil mein Kopf so... Du sprichst in-game, ne? Oh Gott, sind wir durch. Ich seh das doch nicht wegen dem Kiel für die Scheiße. Bist du tot? Nee. Yo, hey. What's up, buddy? Oh mein Gott, ich fühl mich da ohne alleine. Hey, man, hi. You alright? Bro. Warte mal, ich bringe jemand mit. Yeah. You wanna... Oh, let's go to the fire station. I got a friend over there. Dieses Test machen ich ganz kere hier, du. Wozu aint man eigentlich drauf mit der Makarov? Weiß ich nicht. Was ist denn hier los? Ich check nichts. You got him? Yep. Wer schießt denn auf wen die ganze Zeit? Nice. Der war gut. Ich dachte, ich muss mir das brauchen. Timmy! Yo, Timmy! Timmy! Timmy? Anyone alive? Shit, 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 shit. Das war toxisch. Okay, die Saiga ist ziemlich sick. Ich bin der erste oder was? Ich bin der erste oder was? Lebt noch einer da drin? Yo, hello! Oh, der soll uns mal vielleicht ein anderes Haus aussuchen? Weiß ich nicht. Na, vielleicht gehen wir nochmal in die Feuerwehr und entscheiden uns dann irgendwie ein anderes Haus zu nehmen. Weißt du? Den können wir ein bisschen rumcutten und so. Weiß halt auch nicht, ob es deine Freunde sind. Wen hab ich gekillt? Ah, hier. Der war, das war der richtige. Ja, ne? Sag mal, wenn du kommst. Ich bin mit denen in der Feuerwehr. Ich war auf dem Feld. Ich konnte leider nicht sprechen mit ihm. Someone's on the roof? Okay, nice, nice, nice. Ja! Ihr liegt ins... Oh, sorry, 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 Timmy. Oh, my friend's coming. Lucy's on his way. Alright. Okay, that wasn't him. Yee! Ich bin echt chill aus, aber es ist mir echt zu behindert. Okay, ja, ich bin am mittleren Pianohaus, gegenüber von dem Feuerwehr quasi. Und ich würde sagen, da gehe ich jetzt mal rein, oder? Oh, man. Oh, ich bin auch da. Yo, hello! Bist du als so ein Ghillie? Ja, das ist... Yo, don't shoot, don't shoot, man. Don't shoot, okay? Don't shoot, but you shoot me, man. Yeah, because you didn't answer. Okay, now we're friendly, okay? Er sieht aus. Was, fuck myself? Yo, you're willing to talk? Hab ihn. Ist dieser OG so, damit den kann man nicht reden? Bist du hoch? Ja, oben ist einer. Yo, hello! Mach überall zu. Hey, can you talk? I'm here. Nice. What's up, boy? Nothing. Bist du auf der Treppe? Yeah. Nice. That's my friend on the stairs. Don't worry. Okay. We are no kills. Where are you from? We are no kills. Nice, wir auch. Perfekt. Nice. Ähm, keine Ahnung, ich teste gerade das Spiel. Ich bin neu hier. Du spielst zum ersten Mal? Du bist neu? Ja, ich hab davor auf dem offiziellen Schwerber ein bisschen gesagt. Achso, ja, dann machen wir die Hände über den Kopf, Kollege. Nee, Spaß. Ja, frag ihn mal. Sehr cool. Was ist, wenn's OG ist? Killen. Yo, stop, stop, stop. Ey. Oh mein Gott, schon wieder dieser OG, Alter. Schon wieder er. Das kann nicht wahr sein. Und wir ja auch einfach hochkommen in der FNX. Ja, und mich, du hättest ihn ermordet. Ja, das ist auch ein bisschen traurig, ne? Ich glaub, die waren übelst fein, ne? Er schießt einfach einen Neuling, weißt du so? Ja, ja. Ich glaub auch wirklich, dass der neu war. Also mit der Sporter am Rücken, ganz unschuldig hochgerannt. So, wahrscheinlich Loot gesucht, vielleicht. By the way, Leute, ne? Kleines Update. Wir haben uns entschieden, nicht mehr zur Feuerwehr zu gehen, weil es ist viel zu hektisch. Ja, lieber ein bisschen chillen hier. Beziehungsweise, das Ding ist, da spawnen halt Leute oben drauf. Yo, hallo. Und ich kann halt nicht verteidigen. Also, warum bin ich tot? Ach, du warst das. What the fuck? Du dich, Alter? Bro. Nee, ich hab doch mit... Ich dachte, du... Das letzte Mal, als ich dich gesehen hab, warst du unten in der Tür. So, Leute, nach nem Sorry-Start geht's hier natürlich weiter. Und ich würd's sagen, wir rushen mal ein bisschen, oder? Ja, komm. Ich hab keinen Bock mehr, hier rumzugammeln, ey. Das bringt eh nichts. Sollen wir mal... Lass gemeinsam irgendwas einnehmen, oder wieder... Mal wieder... Auch ein bisschen auf die Kacke, aber ich würde fast sagen, lass mal ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ja, machen wir, aber auch schon... Doch schon ein bisschen aggressiv rein, oder? Noch schon ein bisschen aggressiv. Du weißt auch nie, wo die Leute spawnen, ne? Die können direkt vor dir spawnen, hier. Hast du ne... Was hast du für ne Waffe? Ne Ventilis. Kann man nicht so viel mit anfangen, aber... Alles klar, Sniper auf uns. Ja. Ich bin der Feuerwehr. Wow. Oh, ja. Von hinten irgendwo. Aus dem Haus, ja. Da auf dem Feld. Oh, shit. Ja, hier lädt wieder nichts und ich seh genau, wo der ist, ne? Das ist ein bisschen lame. Yo, hey buddy, what's up? How you doing, man? You good? I'm still good, yeah. You mind, you mind if I come up? Uh, shit. Oh, nice. Hello. Hey, buddy, man. Hey, man. Hey, yo, what's up? Oh, fuck, man. Hey, man. Ja, das war jetzt aber kein Russen, man. Lass weitergehen. Stimmt, das war kein Russen. Au. Oh. Wist du eben auf dem? Ich weiß nicht. War er das? Nein, oder? Ne, stimmt. Ups. Das ist von außen, Alter. Ah, da schießen sie schon wieder. Meiner Schuss. Ficker. Einer kommt hoch. Robin. Ich kann eigentlich nur sterben, wenn ich mich verbinde. Das ist schon krass. Ja, du darfst dich nicht verbinden. Das ist eigentlich ein Todesurteil in dem Game. So, guys. Es geht. Yo, yeah, yo. Come up. So, hier ist jetzt wieder. Sein bitte friendly. Yo, I'm over here. Nice. Hello. Yeah, you shot me before I got... Oh, who are you? Behind us. Hey, buddy. Can you talk? Hello. Yeah, hello. Hello. Oh, you're bleeding, man. Better take some bandages. Drin? Nice. Alman hört dich gut. Ja, drin. Mit einem anderen Typen, der ist auch deutsch. Wo kriegt man hier mal Waffen? Aber nicht der Sodatür, oder? Das ist auch mal mit Waffen. Okay, hold on, hold on. Jetzt werden keine Gefangenen. Nein, wir haben Gefangenen mehr gemacht. So wie vorhin auch, oder wie? Der Typ, der Deutsch konnte. Oh Gott, was geht hier ab, Mann? Jetzt kriegen wir vor der Feuerwehr. In der Feuerwehr. Ich habe einen gekillt. Ich bin oben. Okay, das war es nicht, du. Doch, das war es du. Oh, scheiße. Tut mir leid, Bro. So, wir haben uns jetzt endgültig aus der Feuerwehr zurückgezogen. Wir haben echt keinen Bock mehr auf die Feuerwehr. Und ich würde sagen, es ist aber nochmal Zeit für zwei Gags, oder? Nein, sagt der Vater zu dem Sohn, Junge, du wurdest, lass uns schon mal losziehen. Ach so. Junge, du wurdest adoptiert, Sohn. Ich wusste es doch. Wer sind meine richtigen Eltern? Sagt der Vater. Wir sind deine richtigen Eltern. Und jetzt pack deine Sachen. Die neuen kommen dich in 20 Minuten abholen. Der ist hart, Alter. Der ist hart. Family-friendly auf jeden Fall. Das ist schon der erste hinterm Waggon. Bastard. Zerberstet von dir natürlich. Und ist zerberstet worden. Und das war es mit ihm. Grüße gehen raus an den? An Marvin. An Marvin. Der Marvin hat hier wieder einen Gag gedroppt. Da muss man natürlich wieder sagen, wie ja grandios. Ja, ich habe auch einen von Funny Bro. Geiles Video. Hashtag desi. Was wächst in der Erde und stinkt. Das war der Gag, oder was? Guck doch mal zu, Alter. Was wächst in der Erde und schon... Eine Furzel. Der war doch gut, oder? Scheiße, Alter. Grüße gehen raus an Funny Bro, Mann. Für diesen geilen Gag einfach. Wo gehen wir hin? Wir kommen natürlich zu dem Content gerecht. Ja. Also... Total. Jo, blau. Friendly. Ja, der ist nicht mehr. Der ist ja tot, Mann. So, wir ziehen noch zwischendurch die Stadt und zerbersten den einen oder anderen hier von der Landfläche und dann... Auf jeden Fall. ...würde ich sagen... Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Na, was? Bevor sich der ein oder andere jetzt fragt, wieso ihr KOS macht, das ist ein PvP-Server. Da ist das so gang und gäbe. Der ein oder andere beschwert sich da manchmal in den Kommentaren, was wir uns einbilden würden, hier KOS zu machen immer. Aber stimmt gar nicht, muss ich sagen. Also, ich finde uns eigentlich sehr, sehr friendly. Wir sind sehr friendly unterwegs eigentlich, aber gut. Blau, blau. Friendly. Aber gut. Aber jetzt mal ohne Witz geht die Mauer komplett durch die ganze Karte. Naja. Oder kann man... Um Bericino rum, nehme ich an. Aber da hinten ist doch die Mauer weg, oder? Kann man doch einfach durch, oder? Nee, lass doch einfach mal prüfen. Da oben hockt einer. Auf dem Turm, Alter. Ja, ich sehe nichts sehen. Schieß ihn ab, Mann. Ich weiß gerade, wie ich den Scope habe. Nee, ich habe keinen Scope. Drecksau, ne? Ja, nee, der hat irgendeinen Sniper oder so. Dead. Nice, good job. Wir haben ihn challenge da hoch? Ja, challenge da hoch. Guck mal, hier ist er, ey. Vorher runtergefallen. Muss jeder auf seine Weise abwägen. Wir machen jetzt hier diese letzte Challenge noch auf diesem nicen Server und gucken mal, wie weit wir kommen. Der aber am weitesten kommt, hat gewonnen. Rechts von uns die Sonneneinstrahlung, wundervoll. Der Fenrirer muss ein Game spielen, was richtig schlecht ist. Wie zum Beispiel... Und das auf seinen Kanal hochladen. Ja, wie zum Beispiel, komm. Wolf Team, also... Weiß ich jetzt nicht so. Irgendwie Wolf Team? Wolf Team, nice. Fabio, der Nussknacker, keine Ahnung, Alter. Das Nussknacker-Simulator? Ist das... Jo. Never. Never, ever. Wahrscheinlich never, oder? Aber Alter, wir können echt mal so ein Battle, so ein Bro-Battle machen. Dann... Das kam mir mal voll gut an, ne? Jetzt ohne Scheiß. Und dann, der Verlierer muss richtig so ein Crap spielen, das hochladen. Das hat noch niemand gemacht auf YouTube. Und wir genießen die Aussachten. Die Aussachten hier. Über Berizzino. Ich bin leicht durch. Die Mauer geht nicht ganz übers Meer hinaus. Das heißt, man könnte die Stadt auch verlassen. Neue Challenge? Und in Sektuellers zum Beispiel looten. Ich glaube, wir haben noch keinen 360 gemacht, oder? Meinst du, als Abschluss noch so einen richtig krassen 360 für die Community, Mann? Ja. Oh Gott. Schnell, Alter. Drei, zwei, eins. Go, go, go. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten und übernächsten Folge raiden wir jeweils eine Base hier verlinkt, sobald ihr Videos online sind. Oder alternativ erstmal noch ein etwas älteres Video. Wen interessiert, wie wir früher so unterwegs waren. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode am Dienstag, 19 Uhr.